Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wettervorachter. Herzlich willkommen im November. Heute gab es schon einen ersten richtigen Novembertag mit vielen Wolken, mit einstelligen Temperaturen und mit Regen. Was soll ich sagen, morgen wird es so ähnlich, nur mit einer etwas anderen Verlagerung. Schauen wir uns zunächst einen Strömungsfilm an. Und wir achten auf dieses Tiefdruckgebiet, das sich in den nächsten 24 Stunden östlich an den Alpen vorbeiarbeitet und in die südliche Ostsee zieht. Der Unterschied bei uns, wenn dieses tief durchgezogen ist, dann wird hier aus der anfangs gelben Färbung eine grüne Farbe. Das heißt, aus Westen fließt morgen nochmals etwas kühlere Luft zu uns nach Deutschland. Das heißt, wir lassen den Film nochmal laufen, packen Wolken und Regen dazu. Und dann sehen wir das übrigens hier, pink eingefärbt, Schneefall. Großes Thema heute Nacht in den Alpen, gleich noch kurz dazu mehr. Aber wenn wir das Tief hier vorbeiziehen, dann sehen wir, es wird eben auch eine stark bewölkte und verbreitet ziemlich nasse Angelegenheit. Und damit schauen wir auf die Regenradarbilder der letzten zwei Stunden. Wir sehen zum einen Schauer hier im Westen, aber ansonsten dieses Hauptregengebiet und das Tief über Norditalien schiebt schon seine Regenwolken über die Alpen hinweg nach Deutschland. Das erstreckt sich praktisch vom Alpenrand bis nach Niedersachsen. Und vor allem in den Alpen schneidet es auch bei uns im Allgäu. Balderschwang auf etwas mehr als 1000 Metern Höhe. Dort schneit es gerade mit zwei bis drei Zentimeter Neuschnee pro Stunde. Dieses Regengebiet, das wird sich in der Nacht weiter verstärken. Und es wird vor allem also heute Nacht dann weiteren Regen geben, besonders im Südosten unseres Landes. Hier kommt dann das Tief allmählich mit stärkerem Regen heran, vor allem in der zweiten Nachthälfte. Aber auch im Westen sind immer noch Schauer möglich. Die Temperaturen liegen morgen früh meistens bei Werten zwischen 4 und 6 Grad. In Ostfriesland und im nördlichen Emsland, da ist es trocken, da kann es vorübergehend mal aufreißen, können es da sogar nur 2 Grad sein. Morgen Vormittag weiterhin kräftiger Regen in Verbindung mit diesem Tief. Dann vor allem von Franken über Thüringen hinweg bis nach Berlin und Brandenburg. Hier wirklich zum Teil kräftiger Dauerregen. Im Westen sind es nur einzelne Schauer, im Nordwesten bleibt es auch mal trocken mit ein paar Sonnenstrahlen. Und am Alpenrand sowie in den höheren Lagen der Mittelgebirge, oberhalb von 800-900 Metern, das gilt vor allem für den Schwarzwald. Später dann auch noch für das Gebiet rund um den Großen Arber. Da kann es dann vorübergehend auch mal etwas Schneiden oder Schneeregen geben. Das ist die Situation morgen Nachmittag. Das Tief zieht mit dem Hauptregen bis nach Vorpommern weiter. Das ist dann auch die Situation, in der der Wind, der zunehmende Wind hier im Nordosten eine große Rolle spielen wird. Gleich dazu kurz zu den Temperaturen, meistens im einstelligen Bereich 5 bis 9 Grad zum Wind. Der weht oft gar nicht so stark aus westlichen bis nördlichen Richtungen. Aber morgen am späten Nachmittag und vor allem morgen Abend im Nordosten sind Sturmböen möglich. Dann auch in Brandenburg, vor allem so in der ersten Nachthälfte, kann es stürmisch werden. Die weiteren Aussichten, da wird sich das Wetter ein bisschen beruhigen. Vor allem wird es trockener. Am Freitag noch ein paar Schauer von der Schwäbischen Alb bis nach Sachsen, auch im Norden einzelne Schauer. Der Samstag verbreitet trocken, nur ganz im Norden ist etwas Regen möglich. Und die Temperaturen steigen wieder langsam an auf bis zu 13 Grad. Und die Qualität des Schauspiels